Hallo, äh, oh, okay. Hallo, 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 äh, okay, warte mal, was, was, ja, das, okay, 1901, nee, was, ich muss hier, herzlich willkommen zu Talking Horse, ich weiß nicht, was ist das, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ähm, was ist denn das, was ist, was soll das hier, ich versteh, ich versteh nicht, was das, hä, was, hä, was muss ich denn hier eingeben, muss ich hier wirklich meinen Geburtstag eingeben, oder was, was ist denn, ich kann ja gar nichts eingeben, 2021, achso, da kann ich, hä, was ist denn, ich verstehe das nicht, was ist denn hier, was ist denn das, ich weiß nicht, was das soll, okay, aber irgendwas ist das mit Talking Dings, wir sind ja wieder dabei, dass wir so ein bisschen uns wieder an dieses Pferde-App-Zeug oder generell lustige Apps da annähern, und, ähm, das ist auf jeden Fall hier ein Spiel und das, nein, ich möchte keine Coins swatchen, ich hab nicht so den richtigen Plan, was ich hier mach, das Ding heißt Talking Horse und ich dachte nur so, äh, was? Oh Gott, what the fuck What the fuck Ähm Ich bin grad ein bisschen Hallo Ich bin grad ein bisschen Was zur Hölle Ich weiß jetzt nicht, was das soll Ich weiß jetzt nicht, was das soll Als das Das Pferd redet mit mir Mit mir? Hallo, ich bin der Gaul Hallo, ich bin der Gaul Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist das hier? 84 Okay, hier gibt's Werbung Ich hab Guys, I'm only nine years old and I'm ready now I'll play the piano Halsmaul Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt im Haus Das ist aber schön Das ist auch immer ein Geschenk Ich möchte mir kein Video angucken So Ich bin jetzt im Haus Das ist aber schön Das ist auch immer ein Geschenk Nein, ich möchte mir kein Video angucken Ja Er hat es erfasst Das ist genau Genau das, was ich gerade sagte Für Das ist eine Erdbeere Mjamjam Mjamjam Erdbeeren sind Gib mir eine Erdbeere Ich will die Erdbeere haben Sagt er das auch? Nein Okay Er sagt es nicht Ich weiß nicht Wann er was sagt Das sind hier Da ist Orangen Ja, okay Kann ich ihm das jetzt Hä, was? Hä? Erstens mal fliegt er Das Pferd hier Irgendwie Ich weiß Das Was ist das denn hier? Okay, also das Pferd Ist hier am Fliegen Er hat auf jeden Fall gerne Milch Milch Ja, Milch Und Erdbeeren Und Erdbeermilch Und Und gestückelte Orangen Okay, kann ich die jetzt auf den Teller ziehen Oder was? Das ist wohl mein Essen Da kriege ich jetzt Essen Ne? Die Milch So, wenn ich die jetzt aufmache Milk Milch Strawberry Erdbeere Essen Hopp, hopp, chopp, 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 chopp Ich verste- Was muss ich denn machen? Okay Wir gehen erst mal aufs Klo Ne? So richtig schön einen abkacken Was in Gottes Namen ist das hier? Yellow Squirrel Was ist das für eine Scheiße? Scheiße Oh mein Gott Okay Ich find die Werbung gar nicht so nervig Wie er da liegt Ja, okay Jetzt ist er ein Ball Und das fliegt hier alles so rum Okay, der Ball ist jetzt verschwunden da hinten In dem Ich hab keinen Plan Was das er soll Schläft das Pferd jetzt Warum hab ich denn Pfötchenpunkte? Ich weiß nicht, was das ist Was das Was wird er machen? Bist du jetzt wach? Hast du genug geschlafen? Wir würden gern was fräsen Komm, gönn dir jetzt doch mal hier die Erdbeere, Alter Komm Lass sie dir Lass sie dir schmecken, Bruder Pfeif sie dir Baller sie dir einfach Voll rein in die Kauleiste Bam Komm Er macht's nicht Muss ich das erst zubereiten Okay, warte mal Warte mal, warte mal Ich nehm mal die Erdbeere mit Hier rüber Ja, hier rüber Das geht nicht Kann ich irgendwas öffnen? Schrank auf Irgendwie Blue Okay Was? Blue Red Ah Okay 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 Ja, es ist es Ist es jetzt Chop, 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 chop Ham, jam, 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 jam Komm schon, lecker Alles Ne, er frisst das nicht, ne Komm jetzt Mach rein Du stirbst langsam Ey, du musst du mal Was war das? Wie? Wie war das? Wie hast du gemacht? Wie war das? Äh 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 Miau 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 Okay, was können wir denn hier im Haus mit uns machen? Ähm Reagiert das auf mich? Ne, oder? Das wiederholt mich nur Pferd Hallo Horse Talking Horse Ei Äh 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 Was In Gottes Namen Okay Was Achso, das ist Ne Hä? Was mach ich denn jetzt hier? Ist das jetzt Was, hab ich jetzt gerade im Handyspiel gespielt? Oder was? Ich weiß, ich weiß nicht, was gerade hier abgeht, Leute Nein, das hab ich, was ist das denn jetzt hier? Mach das mal weg So Oh Gott, was zur Hölle Ich will Google Ich möchte wieder mein Spiel spielen Was ist denn, was ist denn Da Ah, so Pet name Oh ja, warte mal Give your name Pet a name So Pet name Oh ja, warte mal Give your name Pet a name Depp heißt das jetzt Depp Hey Depp Oh, jetzt hab ich da auf irgendein Horse Racing Irgendein Rennspiel Also ich hab manchmal das Gefühl, dass es Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt immer noch gerade im Talking Horse? Oder hab ich das Spiel schon verlassen? Das ist, das ist, das ist das verrückteste App aller Zeiten Back to Menü? Aber bin ich jetzt schon in einem anderen Spiel? Enter the Talking Horse Aber mit was talk ich denn jetzt? Aber mit was talk ich denn jetzt? Also wirklich, ich check den Sinn nicht Ich weiß nicht, was, was Ich weiß nicht, was das Spiel für den Was ich hier machen soll Also das ist wirklich, ich glaub mit Abstand Das weirdeste Spiel, das ich jemals gesehen hab Und ich hab keine Ahnung, was wir hier zu tun haben Aber ich Und ich hab keine Ahnung, was wir hier zu tun haben Oh my gosh, das ist richtig Okay, ich hab nicht, sorry Ich weiß nicht, was das ist Ihr könnt ja gerne euch selber mal Das Talking Horse runterladen Ich habe keinen Plan, was das soll Und ähm Das ist, das ist, ich hab Nee Ich bin raus, Leute Ich bin raus Talking Horse What the fuck Ich check's nicht Tschüss